Es ist 6 Uhr früh, wir sind in Wien und es geht auf nach Mexiko. 12 Stunden Flug vorbei, wir sind in Wien. Wir sind jetzt ca. über eine Stunde in der Schlange gestanden und jetzt geht es mit dem Uber zum Hostel. Mühe! So, wir haben die erste Nacht hinter uns und wir haben diese Nacht hier im Hostel Amigo verbracht. Mein Eindruck, es war günstig, schlicht, ein bisschen gemirchtelt hat, war ganz okay. Das ist wirklich die stressigste Großstadt, in der ich je war. Nix los. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018